Ich hatte schon den Eindruck, dass hier eine moderne Technologie genutzt wird, auch schon von den Vorabinformationen, aber das hat sich dann nochmal bestätigt über die Gespräche auch. Also was ich jetzt hier gut finde, dass eben alles praktikabel unter einem Dach abläuft, also die ganze Behandlung, die Aufnahmen, also die Untersuchungen, die Behandlung selbst, dann auch die Zahntechnik, dass das alles Hand in Hand geht und wenn da mal irgendwelche kleinen Korrekturen gemacht werden müssen, dann kann man da sofort das verändern, ohne jetzt lange darauf warten zu müssen und das war für mich auch sehr ausschlaggehend, mich jetzt für den Tabram zu entscheiden, dass das in relativ kurzer Zeit abgeschlossen werden kann.